Ein Ehremann, der natürlich nochmal Oh mein Gott Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video vom Kanal Und heute spielen wir mal Among Us Und wie ihr es wahrscheinlich schon im Pre-Intro gesehen habt Mit einem aus der Community Und zwar mit dabei ist Best of Palutern Ein Ehremann, der natürlich nochmal Oh mein Gott Auf Weiseren Trust me Bitte, raus mit Orange Los geht Ey, selber unten jetzt alle mich raus Ja, ja, ja Let's go Was an Impostor Hast du gedacht, dass du damit durchkommst Hast du gedacht Ja, wo ist Ah, hier drin wahrscheinlich So, hier, jetzt Ich tue mir gerade das thumbnail download für das Video Und dauert ihn einfach genauso lang So, und gerade lade ich euer Video mal ganz kurz hoch Von der Download-Dauer, die hier in vorgeschlagenen Teilen steht Wenn man das in wirklich, wenn man das in real nehmen würde Dann wäre das wahrscheinlich meine Time Oh mein Gott Ich dachte schon, als ob So, Banana, lass es Ey, ich dachte schon, als ob der jetzt Video so dumm ist Und ihn da drin killt Outside Ja, kein Outside Ja Alter, das war am Anfang aber schon Lust Irgendwie hätte ich voll Bock, den jetzt rauszubannen Also, zu kicken Me, Lime, Su, and we are together Boah, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was schreiben Äh Hä? So Juck So, ich schreibe ganz kurz was Ey, wenn es jetzt braun war Was not an Imposter Wir sind schon ausgedünkt Och, Digga Mann Ich schreibe gerade mit Best of Paluten übrigens Also, der, wo auch drin ist Das von hier Also übrigens, was ihr auch mal irgendwie mitspielen wollt Oder schreiben wollt Und dann im Server Ey, ich freu mich Ey, ich freu mich jetzt schon so hardcore drauf Ich denke mir gerade so zwei Runden Und in zwei Runden kann ich mir endlich mit Chips reinpfeifen Oh, ich hab so hardcore Bock auf Chips Also, wenn ich irgendwann mal eine Fanpost haben Fanpostfach haben sollte Schickt mir nur Chips Gut, vielleicht würde ich auch sagen Ja, hier nur Hier über die Website könnt ihr sagen Was ihr mir schicken wollt Und so Keine Ahnung Wieso sollte ich sein, Alter Nur, weil ich nicht schreibe Ey, ne, oder? Hast du nicht durchgezogen, Best of Paluten Er hat mir einfach gerade eben geschrieben Wer der andere Imposter ist Och, Junge, komm Ey Jetzt Jetzt sind sie genau Solange ich jetzt nicht mit White irgendwo hinrennen muss Digga, mach dir mal was Geht doch Aber gut Die Trumpfkarte werde ich dann ausspielen Ach, Digga 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 warum soll ich sein sehr viel ich rausgevortet ja komm alter ja 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 ich werde die folge nennen die loste folge als einfach nicht die loste folge ich glaube ich bin zu dumm für dieses game nicht mehr und ich bin zu dumm für dieses game lost so was muss ja irgendwie kommen wieso gehst du nicht okay so 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 sehen wir uns in der nächsten runde wieder wir in der nächsten runde als imposter oh ich fühl mich mal ich weiß nicht ob irgendjemand im talk ist okay 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 so ich habe noch keinen einzigen kill diese runde gemacht das ist so lächerlich wie ich einfach keinen einzigen kill mache okay ey es sind drei leute tot ich habe keinen einzigen kill gemacht so 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 wie viel wie viel wenn so so ich will kill machen so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 la 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 hey hey bitte ich will dich einfach nur killen die menschen so hoch wird 90 gekillt es ist ja ich glaube das ist der ich muss einen einzigen kill machen einen einzigen kill aber gut es gibt anscheinend noch andere leute als ich ja 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 und und easy so ich würde sagen sehen wir uns in der dritten runde wieder oh mein gott abel best of palle oh mein gott ja best of palle das geil ist wenn ich gleich irgendjemand rausvotet von wegen dingern wenn ich einfach sagen ja was ist das geht denn mit ihm ab was ist das geht denn mit ihm ab das geht denn mit ihm ab und ich 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 du 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 Das hat geschmeckt. Das ist ein bisschen mehr, wenn mir jetzt einer von oben entgegenkommt. Oh mein Gott, der hat mir aber richtig abgeräumt. Drei Leute noch. Outside O2. I was with you. Not impos... I was it last round. Oh mein Gott, nein, oder? Oh mein Gott. Nein! So, hier, electrical, Türen zu. Ey, ich... Ja gut, der darf schon mal nicht... Ey! Bester Falle! Let's go! Geh da rein, renn da rein, renn da rein, renn da rein! Ich glaube, er hat sich gesehen. Ey, wie können euch die... Oh mein Gott, bester Volute. Nein, nicht Orange. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Dig, hat er eigentlich gecheckt, dass er tot ist? Nein. Nein, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ey, du musst warten. Das war die Worte, 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 Worte. Du musst warten. Sie haben dich genommen. Oh mein Gott. Ey, ich dachte, Yellow hat ihn gesehen. Ich lock den mal da vom Tisch weg. Ey, mein Gott. Besser auf, Worte. Ja. G, G. Und nach einer letzten Runde, nach zwei erfolgreichen Imposterrunden, würde ich sagen, beenden wir das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.